Ich bin Michael Freitag von der Enviatel. Ich bin Gruppenleiter Planung Baubetrieb Datacenter und ich bin der Projektleiter für den Neubau Datacenter Leipzig 2 in Taucher. Ein Datacenter ist ein Hotel für Daten und Server, wo Kunden ihre Rechentechnik sicher einstellen können. Corona hatte natürlich auch Einfluss auf das Tagesgeschäft. Das heißt, zum Bau aus dem Homeoffice zu führen, ist etwas schwierig. Zum Beispiel unsere Kältemaschine kommt aus Italien und der Dienstleister hat das dann schnell vorgezogen, sodass einen Tag vor der Grenzschließung die Maschine aus Italien noch geholt werden konnte.